Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir, Pyronik. Wir testen heute die Jorge Fontani, Fontani Fontänen, JF02. Und das Ganze ist in Kategorie 1 eingestuft. Enthalten sind 30 Mini Fontänen. Und wir haben hier eine NEM von, wo steht's, hier 225 Gramm. Was ich jetzt noch hinzufügen will, ist, dass mir gerade eben beim Aufpacken aufgefallen ist, dass wir einmal hier die Gold mit blauer Flamme haben, hier mit dem goldenen Deckel, also mit dem goldenen Silberpapier, Silberpapier vor allem. Und dann noch einmal Silber mit roter Flamme, mit dem roten glänzenden Papier. Und ja, jetzt können wir aber wirklich mal schauen, wie die so sind. Jorge Fontani in blau mit goldenen Sternen. Ja, recht kurz. Aber wir machen einfach mal nur noch eine zweite. Ja, aber für den Preis echt nicht schlecht. Jetzt noch drei auf einmal. Ich hoffe, es klappt. Perfekt. Schöne Teile mit den Goldfunken und auch echt raucharm. Jetzt die Fontani in Silber mit roter Flamme. Echt hell das Teil. Machen wir aber noch eine zweite. Machen wir aber noch eine zweite. Die rote Flamme ist eher ein bisschen schwach, im Gegensatz zu dem hellen Silber. Aber das Crackling ist ganz witzig. Echt brutal hell. Also für den Preis kann ich die Teile auf jeden Fall empfehlen. 30 Stück für, ich weiß nicht, 10 Euro, wie viel sie kosten. Da würde ich dir auch eher den Goldis-Frontänen vorziehen, weil die Goldis-Frontänen eben dafür extrem überteuert sind. Naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gemüse. Tschüss.